ARD Text im Auftrag von Funk Naja, es gibt zwei Maps, die kennt glaub ich keiner Auch das ist die mit dem Lüftschiff 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 Ich verabschiebe ihn schon vorhin Wo sind denn die Waffen hier? An den Ferry Spectator Eigentlich in jedem Haus Okay, ich hab die gefunden In manchen in jedem Haus ist eine Was ist denn hier hinten, lol? Boah, die Map lag normalerweise, ne? Deswegen hab ich die glaub ich Boah, das ist so knapp Oh, du bist runtergefahren, okay, noch nicht Seht an wie, denkt mir Okay, okay Wer von euch ist Traitor, jetzt mal ehrlich Hier gibt's ein Geheimnis, hier gibt's nämlich eine OP-Waffe Ist es nicht, oder? Die OP-Waffe auf diesem Moment ist die Discombo Nein Es gibt eine andere OP-Waffe Schadows ist hart Hurt Schadows ist hart Könnt ihr sich- Warte, 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 warte Warte, warte, warte Was? Warte, bleib stehen Die OP-Waffe ist nämlich Hier diese eine Gun Die durch die Gegend schiebs Schiebs Ja! Ja, ich hab Matze getötet Aber er ist nicht viel tot, nein! Yo! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hä? Heee? Im Sprung war's abgetestet und er ist gestorben. Du bist viel zu groß für so wenig Leute. Doch, doch, das passt. Wir sagen zu 90% immer auf dem Luftschiff. Ja, da weiß ich immer wo ich nicht bin. Doch, doch. Wer kämpft wird vom Admin-Tool gekickt. Ganz einfach. Oder gekillt. Oh, hier ist die Wind-Illume. Oh, gefährlich. Mit dir aber keine gescheiten Waffen auf der Map, ich renne die ganze Zeit überall rum. Ja, nur in den Häusern direkt. Wobei mir leckt's grad ein bissel. Ein bissel. Ach, bissel. Boah, ich bin kein Scheiße, die Scheiße. Yo, erkennt ihr die Geheimgänge? Ey, ich bin keine Wand! Was ist das? Das ist bestimmt ein Traitor. Was ist das? Wenn ich tot bin, dann ist das Shadows. Yo, er haut mich einfach! Er haut mich! Stirb! Ja, genau. Geh weg von mir! Geh weg von mir, Kevin! Ist man tot, wenn man stirbt? Äh, ist man tot, wenn man stirbt. Warum ist Shadows Missing in Action? Der ist nach unten gefallen. Er hat den Crowbar-Fight verloren. Da schießt einer, da schießt einer. Hier ist Kevin. Wo ist er einsam? Wo ist er einsam? Boah, Kevin. Boah, Kevin. Kevin, schlechtester Traitor EU-Bist. Dann ist so Perry der Zweite. Nein, so Perry, warte. Fabi ist es, Fabi ist es. Fabi oder Leon? Fabi oder Leon? Fabi, tu's nicht. Fabi oder Leon? Gib Fabi oder Leon die Golden Gun. Ja, Leon ist, ich hab ihn gesehen, er hat Matze getötet. Ja, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Fabi. Doch, der ist bei der Burg da, bei diesem Luftschiff. Burg, Luftschiff, was auch immer das da ist. Kann der mal von der Leiter gehen? Hey Leon, wieso bist du so gemein? Ey. Alter. Das hat aber lange gedauert, gerade. Boom! 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 Oh Gott. Und, scheiße, die Golden Gun ist voll zu den Arsch. Naja, das war echt scheiße, gerade. Aber bei mir trifft die Golden Gun immer. Bei mir nicht? Die haben aber voll die Legs auf der Map, gerade, irgendwie. Ja, die ist extrem FPS-lastig. Das ist, weil die so riesig ist. Ja. Bei mir geht's. Ja, aber auch nur teilweise, irgendwie. Das ist voll eigenartig. Ah, die Map ist cool. Ja, das ist lustig. Ich zeig euch nämlich gleich wieso. Ich glaub, Book hat dieselbe Idee wie ich. Ja. Ich warte noch, bis ich der entscheidende Spieler bin. Ich hab grad irgendwie so Black Screen. Pass auf! Ihr müsst aufpassen. Versucht nicht so zu laufen, dass man euch ganz leicht runterschubsen könnte. Sag doch sowas nicht. Das ist auf der Map sowieso ein bisschen schwer. Ja. Ja, es hat überall... Ich will Traitor sein. Ich will einen Newton Launcher machen. Oh Gott. Wer ist Traitor? Wer ist Traitor? Wer ist Traitor? Leon. Sonst hätt ich schon einen Newton Launcher umgewordert. Hast du doch schon. Kevin, tu nicht so. Ne. Ich glaub Kevin ist es. Ich hab Leon gerade gesehen. Ich hab Leon gerade gesehen. Ich hab Leon gerade gesehen. Und Kevin hat einfach Leon gesehen. Ich glaub Kevin ist es. Ich glaub Kevin ist es. Welchen Codex der Traitor schafft hat er sich schuldig gemacht. Level Design bei Todorak Stinger. Welcome to TTT MC Skylands. 3D Modeling Stinger Textstimme. Parting. Todorak. Bla 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 bla. Hier ist es nicht Perry. Hier Camper werden gegriffen. Perry Camper. Er ist halt scheiße natürlich für die Aufnahme. Wenn jemand 5 Minuten an derselben Stelle sitzt. Oh hi Leon. Das ist aber knapp. Camper ist auch die ganze Zeit in der Nuglock. Ja ich hab einen Giegel. Achso. Hallo. Wer ist hier? Hier ist Mokka. Hier ist dieser coole Wasserweg. Oh oh. Alter mach alles auf mich. Leute. Mokka hast du grad auf mich geschossen? Ey. Kevin kann bezeugen. Kevin. Drück mal die 7. Irgendjemand hat... Scroll mal nach unten die Waffe. Kevin scroll mal nach unten die Waffe. Ja. Ist nichts. Yo. Irgendjemand schießt. Irgendjemand schießt. Ja ich wurde auch schon abgeballert. Weg. Da vorne. Da vorne. Oh vorne. Da vorne. Nein. Ich hab gesehen wer das war. Komm mit. Wer war's denn? Aber ich hab grad die Schüsse auch gesehen. Der ist im Turm. Kevin. Ich vertrau dir mal. Hinter dem Luftschiff ist er. Im Turm. Ja. Dann ist es doch der Turm. Ja. Dann ist es. Parry ist es. Parry ist es. Ich bin da. Nein. Ich bin da gar nicht mehr. Doch. Parry. Oder Matze. Der ist grad so ruhig. Nee. Ich wurde auf mich geschossen. Ich probiere hier gerade was aus. Was probierst du denn aus? Wie du am besten einen runterschubst mit dem Newton Launcher? Nee. Ich bin grad ganz woanders. Parry. Parry ist KS. Ich hab Parry gesehen wie der mit dem Newton Launcher auf mich geschossen hat. Der hat mir 3er Pishan abgezogen. Wie kommt man denn hier vorbei? Irgendwas mit einem 4 Schieß. Wo ist Parry? Help me. Ist irgendwo auf dich. Ich hab das jetzt im Turm oder so. Irgendwann schießt ihr mit dem Turm gerade beim Turm. Was los? Kevin. Ja. Nein. Geh nicht runter. Du bleibst hier. Kevin. Hm. Drück die 7. Scroll die Waffe. Ja. Ich hab hier ne Trober, ne Deagle, ne Mac-10, Magnetostick. Oha. Oha. Er hat einen Newton Launcher. Er hat einen Newton Launcher. Ja. Drück mal V Kevin. Lass mich runter. Ey Fabi drück mal V. Was macht ein V? Macht ein V. Das ist der Hotspot für Traitor Waffen. Guck mal. Ne ist wirklich so. Also zumindest konnte ich so die Golden Gun direkt anwählen vorhin. Fabi kannst du testen oder hier. Nimm mal auf Leon. Ganz schnell runter hier. Ja warte. Drück jetzt V. Ja da hab ich die ausgerüstet. Gefähr. Gefähr. Das ist jetzt mal einer. Aber ich glaube Mucca ist das nicht, oder? Hier liegt's da. Wirst du mich gerade abschießen? Nein. V. Hast du die Waffe ge- Oh das Kevin hast Schilder-Battle-Damage. Was hast du gemacht? Hä? Das ist noch von der Infantry. Hey Dary. Du weißt aber nicht wer hat die Damage gerade eben. Du warst Turd. Ey natürlich. Ja keine Ahnung. Achso. Vielleicht, vielleicht hat ja ein Batman-Locker. Hier wird's das Perry noch lebt, ne? Wer weiß. Macht's aber auf jeden Fall Traitor. Fabi, 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 Fabi. Ich bin tot, Fabi. Oh, wie er auch drei Schüsse getankt hat, alter. Kann doch nicht wahr sein. Wo ist Fabi? Der hier ist hier, hier. Ah, okay, 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 okay. Okay. Wo ist Fabi? Hinterm Turm. In dem großen Turm. Ist er gerade irgendwann runtergefallen, dass wir es gebrochen. Oh, wir den Jungen-Lauter. Gut, lass mich nachladen. Boah, Kevin ist ernsthaft der schlechteste Spieler, den ich je gesehen habe. Ich habe noch mehr Leute. Ach komm, meine Muni war leer. Schon irgendwie. Ah, Fabi, hör doch auf mit dem Newton-Lauter. Oh Gott. Oh Gott, nein! Oh Mist. Ey, ich hätte sogar die Punkte bekommen. Oh Mann ey. Aber ich habe ein paar Leute mit dem Newton-Lauter geholt. Wen hast du, wer war denn der zweite Traitor? Matze. Wie ist der angestorben? Nein, nicht Matze. Keine Ahnung. Ähm, ich habe da so ein Jumping-Puzzle in der Windmühle versucht, aber ich bin zu doof dafür. Oh. Ja, warte, ihr lacht. Ich sehe es wenigstens, ich sehe die Realität. Hatt es mir auch helfen können, so. Aber ich wollte springen. Ich hatte keinen Sinn mehr gesehen. Wo ist denn, wo ist denn die Windmühle? Okay, ich möchte auch so ein... Das ist neben dem Turm. Ah, ich glaube ich weiß, was du da gemacht hast. Das ist aber echt nicht so einfach. Du bist dieses komische Dingens da runtergelaufen und irgendwann war da so eine Lücke. Wir müssen mal eine eigene Waffe machen, als Belohnung gibt es dann so einen Newton Launcher. Tschüss. Oh, wer ist da gerade gefolgt? Was? Es war Perry als Traitor. Nein, ich falle runter, ich bin innocent. Das ist echt nicht so einfach Perry. Also... Ich bin eigentlich ohne Grund verreckt. Nein! Oh Mann! Jetzt wird es dein Leben verloren. Jetzt ist Matze auch tot! Läuft bei der Matze! Komm auch rüber, macht das Jumping Puzzle. Wie geht denn das? Keine Ahnung. Wir sind hier lang gerannt? Weil man sehe ich, die sind runterfallen. Ah, hier geht's so. Yo, yo, übertreib! Warte. Achtung! Oh, hier liegen jetzt zwei tote Typen. Was gibt's? Oh Gott! Muss man das machen? Das ist so easy. Und jetzt? Ah, hier lang. Oh Gott. Hier geht's dann auch weiter. Ah, Mokka ist es! Mokka ist es! Mokka, meine letzten Worte! Aachen! Oh hey Kevin. Komm, aber die Idee die... Aber ich hab das puzzle geschafft. aber kann mein kilder war cool wenn ich das richtig gesehen habe dann war da nur eine schatten als belohnung würde auch gerne mal wieder trader werden ich auch ich war schon so lange nicht mehr traiter jo er klaut mir die waffe komm her ok warte nein nein geh weg ich bin trader ja ok gut dann gehe ich weg hey kevin was hast du dir gekauft hast du ihn gefunden ne ne es war eine jump car der sieht aus wie ein newton launcher hallo perry wer hat mir die incendary geworfen ich cool ja ja also auch wenn es nach der ohne weg hätte jetzt sowieso vor der mucke ja ja klar ich habe übrigens noch 60 leben hast du eine leiche gefunden ne aber ich glaube ja er ist jumping puzzle gestorben ok ja das sollte weg ich habe nur noch 60 leben wegen dem drecks crowbar battle mit mucke oh you suck wer ist ein detective moment mal vielleicht wurde mucke ja durch leon getötet hey nein ich war wohl ganz anders nein nein der ist voll damage der ist runtergefallen da ich war gerade bei dem turm wo die incendary war fabi da wo du gerade bist da bin ich rüber gelaufen dann ich habe gerade beobachtet ich habe dich gerade rüber gelaufen kevin kevin hey kevin alter wer ist das wer ist das kevin ist auf kevin und den anderen sehe ich nicht wer ist denn jetzt hier alles gestorben ey mir passiert besser runtergefallen besser besser detective den es gibt wer ist denn nur gestorben nix als am turm ich komme nicht hoch ok hat es ja schon erledigt naja wer ist es jetzt hey ich bin es du bist ja tun wir es so ich glaube ihr beide seid ich glaube nicht ey ich glaube auch nicht wo ist ein parry guck mal das oh das ist weiß ey du bist so ein spacken ey ohne witz ey wo ist ein weißt du jetzt muss dein traitor partner schießen warum auch nicht ja also bist du doch meinst du man kann irgendwas für diesen creation enchanting table machen ah ich sehe gerade ne ich habe schon getestet geht nicht da unten ja man beim enchanting table wenn du da drauf klickst dann mach das von der animation aber irgendwie passiert nix ah der ist nicht mich gestorben ja ich glaube das ist so ein traitor ding wenn man da drauf fliegt dann explodiert das teil oder so ich meine das wäre irgendwie so jo leute ich hoffe das video hat euch gefallen wenn ja dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da oder kommentiert das Video hier oben habt ihr jetzt nochmal ein DayZ Video und unten den letzten TTT Part haut raus